Dieses Fenster, das ist einfach genau ausgeschnitten, so auf beide. Ich glaube, wir wirfen beide auf eins, oder müssen wir beide rüberkriegen, dann schnell. Na? Ja. Ja, ich war nicht so schnell, wie du eben gerade. Schön, dass du... Naja, wir müssen uns jetzt abteilen. Na? Das ist mir einfach loshüpfen, wir sind gemeinsam. Und vor allem, Prudy muss ich nicht immer eine halbe Stunde an der drei oder vier festhalten. Na? Und dann einfach mal raufhüpfen. Das hätte man das Problem, dass er eine halbe Stunde festhält. Na? Und dann kommen wir nicht wieder hoch. Na? Mach doch einfach mal Fortnite. Oh, okay. Fech. Waren wir elbatisch langer zu reagieren? Jetzt reagieren die vorne mit der Zerber im Clou nicht mehr. glaub ich zu stehen hast du glückte müssen nicht von vorne anfangen also ich nehme den grünen hebel ich glaube eher der eine hält für den anderen fest so sieht das eher aus als mit der einen für den anderen festhalten ja und jetzt hältst du nämlich gleich den gelben fest hier russchotzen wir da weg na du musst jetzt da zum tor hin nein nein Ich glaube es ist sogar egal, wenn er hier befestigt oder nicht ist, geht trotzdem zurück. Na, wie du es mir gerade richtig aufgefallen hast? Der geht trotzdem langsam zurück, egal, wenn er es befestigt oder nicht, glaube ich. Du musst aber noch einen Moment warten, bis es soweit ist, bis du dagegen springen kannst. Ich glaube, das ist vorheilig. Na? Jetzt warst du... doch, glaube ich, das ist ein bisschen zu langsam. Ne, du musst schon gleich, du musst halt gucken, dass schon ein Spalter zwischen ist, an dem du hochspielen kannst, ne? Na? Mhm. Und jetzt rüber da. Jetzt setzt du den fest. Und da passt wahrscheinlich was. Na? Ja, da geht die Klappe da auf. Und da geht die Klappe. Ich hole mal Finger. Okay. Okay, ich glaube... ... 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 Nein, ich glaube, du bläst auf und ich mach... Dings. Oder nicht? Ich glaube, es hat alles sonst für einen Sinn. Na? Ja, geh mal auf deines. Ja, so müssen beide gleichzeitig. Oder was? Ja, das wär auch Dings. Ja, geht 3, 2, 1. Ah, du kannst dich da hochschwingen lassen. Ja, wahrscheinlich, bitte. Kannst du dich da nochmal hochbounzen lassen und dann kommst du dagegen? Ja. Ich würde doch mal so... Na. Guck mal, dann geht's weg. Hm, du musst da Dingsen. Was? Mach mal. Ne, du musst, glaub ich, von... Warte. Warte. Geh mal weg da. Ah, ich komm da nicht hin. So schnell. Er springt halt nicht richtig. Ich glaube... Genau. Lässt dich da so hochbouncen. Du hängst dich da jetzt an. Na? 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 Was klappt denn? Oder nee, er lässt sich davon nicht. Nee, nee. Okay. Da musst du, glaub ich... Oder kannst du dich jetzt nochmal... Zwischen... Weil er geht ja ganz langsam zurück, sobald du da jetzt loslässt, ne? Wie mache ich hier auf den anderen? Dass du dich denn sonst davon nochmal rüberbouncen lässt, ne? Ich glaub, ich weiß, wie du machen musst. So, und dann muss ich halt da jetzt schnell raus. Mach schau, mach schau. Na klar, was jetzt? Ja, das wird so. Aber ja, vom Prinzip her schon. Hätt die Klappe. Richtig, weil ich so hoch bin? Ja. So, und schnell. Oh, jetzt ist er daneben gesprungen. Warte, dann findest du mal von vorne, er ist daneben, der schuldswöpft. Ne? Nö? Nö. Nein, die ist rüber da. Jetzt rüber springen da, ne? Jetzt machen wir den gleichen Dinges nochmal. Na, du musst schon früher. Es dauert einen Moment, bis das ankommt. Du musst früher. Ich glaube schon, wenn ich hier los springe auf Dings schon machen. Na, na, jetzt dauert es jetzt so lange. Ja, du musst in dem Moment, wo ich auf das Ding rauf springe, musst du drücken. Na? Ja. Ja, das dauert jetzt schon zu lange. Ja, du darfst halt nicht zu lange Dings dranbleiben. Deswegen meine ich ja, du sollst drücken, wenn ich Dings hin... Ja, und der Sprung ist schon runter. Ja, man... Ach, ich sehe das nicht mehr richtig, ne? Ich habe gerade die Kamera so komisch, ich habe das nicht mehr richtig gesehen, ne? Ja, das war zu früh. Das dauert jetzt schon lange, ne? Ja, weil er auch nicht, weil er auch nicht mal zwei Sekunden in der Luft gleiten kann. Er fährt gleich runter wie... Ne? 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 auch mal muss sie erst umdrehen das gefällt er nicht richtig ich habe gedrückt aber er hat nicht reagiert man nein ich habe es immer doch wo die war einfach bloß ein lahmarsch und hat nicht reagiert er wieder nicht richtig was soll das denn ich kriege ich das auch wenn wenn colima das tun würde was ich denke ja warte doch mal bis zum das sind genau daran drücken wenn ich springe so schnell ich bin noch nicht mal umgedreht und du drückst schon drauf jetzt runtergefallen der volltrottel einfach stehe ich noch eine halbe stunde umdrehen kodi jetzt jetzt meine güte eine schwere port manchmal wie groß ist ihr fucking kinderzimmer bitte ist die kinderzimmer ist das gefühlte eigene villa nein anstatt die das aus dem fenster stein nein die holen zu ihr im schloss na was gibt es auf ein das geht nur ein wie 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 Willst du jetzt einen Pool fahren? Guck mal, mein Bett klopft. Ja, das war schon klar. Was? Das Ding kommt ja immer wieder bei dem Pool. Das ist einfach so. Aber ich bin getroffen. Ja, du bist jedes Mal gefressen, soweit du ein Pool bist. Das ist, glaube ich, das soll so. Ey, ich bin der Gießkanne. Ich bin der Gießkanne. Ja, und der Bett nur, wenn du drückst. Was hast du jetzt hier eigentlich gedreht? Was hast du da rausgefunden? Ne, warum hast du eigentlich ein Rohrenzimmer? Keine Ahnung, warum sie eine Wasserleitung im Zimmer hat. Warte, hier ist auch noch was zu drehen. Ich drehe das auch noch. Ah. Ich meine, die hat doch 50.000 Zahlen im Zimmer, ne? So ist sie auch nicht. Die Bälle. Ja, genau. Sie hat ja auch eine riesen Bällebacke. Das kommt noch mal dazu. Warte, ich vermerk' noch. Ja. Und dann ist sie noch traurig. Ich schnapp' mir gleich den anderen, wenn Cody nicht wieder zu inkompetent wäre, darüber zu springen. Guck dir das an. Hä? Was mache ich falsch? Ja? Ja. Ich muss das so springen oder wie sonst. Dann wirst du darüber gesprungen. Ja? Ding ist auch nicht. Ne? Ja, soll ich hier helfen? Kann das dann, dass da irgendwie ein Würfel fehlt oder so? Warte ich nicht. Hm. Ne, weil wir machen auch eigentlich nur was Bällebacke. Aber warum komme ich denn nicht da rüber, wenn ich jetzt Doppeljob mache? Ne? So hier. Auch weil ich so machen muss, ne? Ja, ja. Ich habe ganz vergessen, dass der Typ ächten kann. Ne? Das ist mir gerade so eingefallen, der Typ kann ja noch hechten. Ne? 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 Das ist diese AAX-Combo, und die habe ich komplett vergessen, weil wir seit Wochen die das Game nicht gespielt haben. Ne? Ne? Jetzt bin ich da. Ah, die einfacheren Tage. Es ist schön, die Limitationen zu haben. Ja, du bist dann der andere. Was machen wir eigentlich? Ein Fuß? Ihr habt mich mal was machen. Eben, conclude ich mal nur, ich möchte mich alleine was malen. May, dos er hätte sie mehr braucht in däden es kriege ich alleine hin nein ich lass mal mich alleine was machen es geht sogar ja mal gucken ob ich es hin krieg ob du erkennst was es sein soll jetzt nicht hundertprozentig zu kopieren wir spielen gleich irgendwie wird das nicht so wie ich es war will ok ich krieg das gar nicht hin das spiel spielen spiel ja bei mir hier lang ja wo kann auch das hier aber komm wir spielen das vor der drücken klaren ich will probieren was passiert wenn du mich nicht wenn wir jetzt den zahndricks sind geht der da bestimmt zu wenn er mit falschen rum ok gerne als schläger drüben achso dann bin ich schon da achso watch out me real good at this i know how to pass a ball ha 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 not as well as i do hit bingo yes big eh Das sieht witzig aus. Zack. 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 Langweilig, aber es sieht witzig aus. Na? Einfach Punktbestand. Wow, mit einem Punkt Vorsprung. Noch was? Nein, das ist lame. Ich führe das noch nicht. Oh, was geht, Piggy? Ich kann dem Schweinchen Münzen geben. Mal hier, zack. Warte, ich gebe dem Schweinchen mal alle Coins. Mal gucken, was passiert. Ja? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Erfolgsfreie schaltet ein Bruch in die Bank. Herte zahlt sich aus. Also, man hat sich mal einen kaputt gemacht. Ich nicht. Hey, komm mal her. Hm? Komm mal her, wir können die Geschichte wahrscheinlich einfach vorstellen, wenn du auf die andere Seite gehst. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Na egal. Der Schläger drauf. Das will ich nicht, ne? Dings. Was ist das hier? Achso. Okay, lass weitergehen. Hier ist glaube ich nichts weiter. Na? Da geht's jetzt weiter. Wieso soll ich das für ein Dings? Das ist ein Fidget Spin.